Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, 28. Wanderung heute etwas bewölkt, etwas kühl. Regen wurde angesagt, da oben schaut es so nach Regenwolken aus, ein paar Tröpfchen sind schon gefallen, aber es hält sich in Grenzen. Wir sind hier oben auf der Mitsee Langerwand und ja, gestern standen wir noch vor dem Abgrund, Moment, hoppla, das können sich aussahen, das sind so 20 Meter runter. Und ja, hier wie gesagt, Blick auf Berchtesdorf, dort Wien Süd und im Hintergrund sehen wir vermutlich mal das Leitergebirge, beziehungsweise den Eichkugel, den sieht man eigentlich immer und überall. Der Eichkugel ist immer drauf, das ist halt so eine Garantie in unserer Umgebung. Gut, das war es weiter zum zweiten Video. Ende, Ende, Ende. Ja, passt. Bitte Vorsicht.